Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Noch 30 Tage bis zur Season 2 und seien wir mal ehrlich, Season 1 gibt es leider nicht mehr so viel zu tun, außer ihr seid jetzt neue Spieler, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall noch einen Monat Zeit, Season 1 zu genießen. Ich werde auch demnächst ein Season 2 Vorbereitungsvideo machen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall mal ein Follow da lassen. Darum geht es aber hier nicht. Natürlich, heute bzw. gestern für euch ist die Season 29 in Diablo gestartet und da habe ich mit der Community reingeguckt und deswegen von mir ganz, ganz großer Tipp an alle Leute, die in Diablo 4 aktuell nichts mehr zu tun haben, aber immer noch Hack & Slay spielen wollen, geht auf jeden Fall mal rein in Diablo 3. Gerade weil das Spiel schon so lange auf dem Markt ist und so krass gepolisht ist, fühlt es sich fast an wie ein besseres Game als Diablo 4 oder ein moderneres Game als Diablo 4, obwohl das schon so alt ist. Das Game ist extrem gepolisht, ihr könnt extrem viel machen, viele Klassen, viel Stuff, den es da zu tun gibt und vor allen Dingen mal was Neues zu Diablo 4. Wenn ihr in Diablo 4 jetzt in der Season 1 wirklich schon alles gemacht habt, könnt ihr auf jeden Fall in Diablo 3 nochmal reinschauen. Außerdem haben mich viele kritisiert, dass hier 20% steht und ich so getan hätte, als wäre der Boost ein 12% Boost, was die EP angeht. Es ist natürlich schon so, dass wenn ein Monster 100 Erfahrung gibt, gibt es natürlich erstmal den Erfahrungsbonus von eurer jeweiligen Stufe. Das ist in Weltstufe 4 ein 200% Bonus, wenn mich nicht alles täuscht, und in Weltstufe 3 ein 100% Boost. Darauf kommt dann noch der Bonus für die Saison, das war vorher 8%, jetzt sind es 20%, das ist also additiv 12% mehr Erfahrung. Das ist also nicht auf die, wenn ein Gegner 100 Erfahrung gibt, dann 300 Erfahrung, 12% mehr, sondern auf diese 100 Erfahrung kriegt ihr dann 12 Erfahrung mehr. Ich denke aber, dass die allermeisten das schon so begriffen haben, wie ich es meinte. Also da nochmal als kleine Ergänzung, aktuell 12% additiv, mehr Erfahrung, natürlich nicht multiplikativ am Ende drauf. Sollte auf jeden Fall nochmal gesagt werden. Außerdem gab es einen Tweet von Rob Ferguson oder Rod Ferguson, ich blende den mal hier ein, der gesagt hat, dass es gar nicht fassen kann, wie viel Content mit Season 2 reinkommt und die zwei Talks oder zwei Streams machen müssen, um den kompletten Content zu zeigen. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig, ob da wirklich am Ende so viel Content bei rumkommt. Von dem, was wir bisher wissen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das zwei Streams füllt, aber vielleicht mit Q&A, weil viele Leute viele Fragen dazu haben. Können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Vor allen Dingen interessiert mich, wann die endlich damit anfangen wollen, da mehr Sachen zu announcen. Ich bin mir nicht mehr sicher, vor Season 1 hatte ich schon, meine ich, hatten wir schon zwei Wochen vor, mehr Infos als wir jetzt haben vor Season 2. Da müsste auf jeden Fall demnächst mal was kommen. Wenn ihr da auch nichts verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, werde ich euch auf jeden Fall ein Video zu machen, wenn wir da noch nähere Informationen zu haben. Wir wissen ja bisher, uber Target Farming, überhaupt Target Farming ist möglich. Die Herzen werden natürlich verschwinden. Das ganze Ansehensystem wurde quasi über Bord geworfen. Und es gibt neue Bosse, beziehungsweise diese Vampire. Wird spannend, ich bin extrem gespannt, was ihr da uns in zwei Talks erzählen wollen. Lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren, nicht nur zu Season 1. Ich weiß, Season 1 ist jetzt 60 Tage drüber. Wir freuen uns alle auf Season 2. Aber was mich interessieren würde, geht ihr aktuell in Season 29 in Diablo 3, so wie ich auch. Wenn ihr da dabei sein wollt, scheitert auf jeden Fall mal mit Twitch vorbei. Ich bin mit der Community da aktuell dabei, noch auf Level 70 zu gehen. Und dann geht es erst richtig los mit der Season. Ein Spieler hat es übrigens auch geschafft, mit Level 60 mit einem Magier ein hunderter Nightmare Dungeon zu schaffen. Den Bild baue ich aktuell nach. Geht um das ganze Thema, wo haben wir es? Ähm, Hydras. Hydra, 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 Hydra. Hier. Der ist nur mit Hydras durch das Nightmare Dungeon durchgelaufen. Fand ich extrem krass. Werde ich nachbauen und euch auch vorstellen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auch ein Follow da lassen. Das habe ich schon dreimal gesagt. Ihr solltet auf jeden Fall auf den Follow-Button drücken. Und ansonsten würde ich mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.